Lionhearts 15, das sind unsere Gegner. Auch heute haben wir uns natürlich eine super Spielweise ausgesucht. Wir werden einfach voll drauf gehen, alles machen, alles riskieren. Das sind die Muffins, das sind eure Muffins, das sind die Muffins der Muffins. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier, Mann. Yo, ich freue mich. Und die gleichen Symbole haben sie auch. Yo. Und viel Spaß mit der Folge. Yo. Wir machen auf jeden Fall den Sack zu. Ja, piep piep. Ed juckt am Kopf. Ich habe Läuse. Ja, ähm, Brutz sitzt immer noch rückwärts zum Monitor. Hallo. Hallo, Brunzi. Gut, dass der Brunzi eine ganze Wohnung mit Spiegel ausgestattet hat, dann sieht er auf trotzdem alles. Ach komm, ey, ich kann nur keine Witze mehr machen, ich bin fertig. Witzebuch ist kaputt heute. Irgendwann ist es vorbei, oder? Irgendwann ist Ultimo erreicht. Ultimo! Peinlich, Alter, peinlich. Peinlich. Von den Gegnern. Schön, ey. Major macht jetzt das 1 zu 0 hier. 100 pro, habe ich jetzt im Gefühl, dass der Major das 1 zu 0 macht. Ey. Hä? Ich wurde wieder zurückgezogen. Die FIFA-Line hat wieder zugeschlagen, oder? Ey, was ist das Tor? Pass auf. Der Weakfreak. Ey, wenn das mal jetzt nicht kein Dings war, ne? Unsichtbare Line. ElektronikArts, was habt ihr da gemacht in FIFA? Ich habe gesehen, was ihr da gemacht habt. Das ist etwa daheim, Programm im Programm. Bonze, der ist im Kopfball hochsteigend. Was? Kopfball hoch, hochkommt. Guck mal hier unten, Bonze. Jawohl, nochmal. Wie jetzt noch? Okay, Ball weg. Ballverlust in 3, 2. Bonze, du bist gar nicht mehr in die Mitte. Ja, Bonze, wo bist du denn, Mann? Bonze, du bist gerade bei Edeka Flaschen tauscht. Der hat schon abgeschaltet, weiß ich. Das ist echt so. Ey, nichts gegen Pfandflaschen, ne? Ich bin ein alter Pfandpirat. So kann man es auch nennen. Ohne Scheiß, Mann. Die letzten 5 oder 6 Spiele sind meine schlechtesten Spiele aller Zeiten, Mann. FIFA. Das ist echt so, Mensch. Mir gelingt gar nichts, ne? Ich kann gar nichts. Einfach nichts. Wow. Willst du immer noch besser als Dennis? Hallo, ich hab ein Tor gemacht, Mann. Schön. Ja, was denn, Mann? Was denn? Komm, du Fickfremel. Dings. Fickfremel? Was denn denn da, ey? Welch fromme Worte. Und diesen Unhold namens Heideltraut. Mal hier, Alter. Mal jetzt hier. Bitte. Hey. Boah. Ich weiß nicht, was mit dem System ist. Ich hab eigentlich auf Curry zurückgelegt. Passt einfach auf Bonze. Fehler in der Matrix, Mann. Ich glaub. Ja, peinlich. Abstieg, Abstieg. Äh, Abstieg. Ich find's immer geil, wie die durch die Netze laufen, ne? Guck mal. Sieht man das jetzt gleich nochmal? Warte mal, nicht drücken. Ach, das sieht man leider nicht mehr. Toll. Der Scholli, Mann. Tülchen. Ach, schön. Ein bisschen Major muss sein. Warum? Warum? Das frage ich mich. Dann schau ich doch da rum. Kennt ihr die? Anscheinend nicht. Da rum. Hier. Jetzt noch mal. Guck mal. Nein, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, komm, Alter. Du mit deinem scheiß APY, ne? Ich spring gleich in den Monitor. Oh, ne Bits, ey. Das war nicht gut, Mann. Das war 2-0, haben wir schon mal gedacht, Leute. Let's go, Mann. Hier kommt man. Schau dir das mal an, ey. Was für ein Müll, Mann. Brotze will einfach nur ins Bett. Der liegt schon auf seine Couch, die da in seinem PC steht. Das war nicht gut, Mann. Das war nicht gut. Aber wir sind ja auch gerade nicht in Form, so, ne? Das wird's knapp. Das, meine Kinder, ist ein Fehlpass. Was ist denn diese Saison los, Mann? Wir spielen so scheiße, ne? Äh. Der Muffin-Fanclub ist bestimmt schon verlassen worden. Null Mitglieder mehr. Beim nächsten Auswärtsspiel stehen sie vor unserem Hotelzimmer. Was? Ja. Guck mal, was ist das für ein Müll, Mann? Ohne Scheiß. Ich hab's die Kaffeemaschine angemacht. Da haben wir auch eine. Jetzt, pass auf. Jetzt. Jetzt kommen die Anaconda, pass auf. Siehst du? Haben wir nur einen richtigen Stachel. Okay, komm, Dennis. Ich leg dir den zurück. Du rennst zurück. Okay, gib her. Herr Curry will uns das nicht ermöglichen, Major. Ja. 3-0. Ich würd's geil finden, wenn man so einen Ball macht und dann fliegt er ins Publikum und einer kippt einfach um so ein Publikum. Aber leider ist das Publikum ja scheiße. Boah. Ja. Also nicht die Zuschauer da auf YouTube. Nein, die sind alle nett. Sweet boys, sweet girls. Was macht der denn jetzt? Ja, ich wollte's auch mal versuchen, ne? Ja, aber du musst schon zum Tor rennen. Er legt sich hin. Ja, Mann, hallo. Wollt sie dich schon zweimal durchgekommen? Wollt sie legt sich doch mal hin, so weißt du, oder? Komm, Major. Bitte, mach einfach ein Tor jetzt da, Alter. Soll ich denn da durchmachen? Ich bin auch nicht Gott. Doch. Doch, für mich schon. Ihr wollt, dass ich jetzt mega gut spiele? Ja. Okay. Jetzt pack Major die Trickkeule aus. Bisher lag ich nur hinten, hab ein bisschen Fun gemacht, aber wenn ihr wollt, dann müssen die Gegner zerstört werden. Okay, dann zerstören wir die Gegner. Ja, mit dem Ball. Wo ist denn das Auto mit dem Sprengsatz? Jetzt guckt zu. Oh ja, sauber. Guckt zu, Mann, das ist noch nicht vorbei. Ich gucke zu, Major, aber noch sehe ich irgendwie nix. Ja, ich hab ja den Ball nicht. Ja, Major, der Curry, der will einfach nur eine Solo-Nummer machen. Der will nicht, dass wir beide das hier durchziehen und gewinnen. Nee, ich hab gerade den Ball verloren, aber das heißt doch nix. Pass auf. Curry hat einen Pakt mit dem Teufel hier. Jetzt Curry. Jetzt Curry, pass auf. Okay. Das habe ich gelernt. Kann ich jetzt was dafür? Nö. Ich schieße von da aus jetzt eine Ecke, Mann. Äh, Freistoß. Äh, Flanke. Wir sind kurz vorm Abstieg, Mann. Was macht ihr, Leute? Seid ihr noch zu retten? Schön. Nochmal. Oh, schade, Mann. Der Potze wird aber das Feld gezogen wie sonst nix. Hey. Hast du gesehen, wann der erst so gepasst hat? Voll behindert, ne? Am Arsch, Mann. Oh. Jetzt ist es vorbei, Mann. Jetzt ist es vorbei. Jetzt hat der Dennis keine Geduld mehr. Ja, was denn, du Fickfehler? Ganz ehrlich, was haust du mich da um, Mann? Ja, was hat der Typ für einen Lack, Mann? Der läuft noch weiter. Ja, natürlich, weil auch wenn ich den Ball mal habe, ne? Pfeift dieser elende Gummilochbumse ab, ey. Ganz ehrlich. Mann, Mann. Dennis, komm, renn. Gib mir, Mütter. Das läuft. Der Mächer, der Curry will nicht, dass wir das spielen. Ja, Leute, das bringt's doch nicht. Ja, aber Mächer, wir müssen das probieren. Das ist die Formel. Ja, Formel. Die Alpha-Formel. Nee, das bringt eigentlich echt nix, Mann. Wir müssen jetzt den Abstieg fehlen, Mann. Herzliche Formel ist vorne durchbrechen, Mann. Und schießen. Dass du das Zeug hält. Jetzt komm, Mächer. Bitte nicht rennen. Du bist eingeholt. Du bist eingeholt. Gar nicht, werd ich eingeholt. Hier kommt her, Mann. Ich bin eine Armee. Ich bin eine Armee, Mann. Ich bin eine Armee, Mann. Wir werden so absteigen, Mann. Was? Pfeift der Lauf. Komm. Ecke. Einwurf. Was auch immer. Für die. Was? Ey, ganz ehrlich. Wannst du, was sagen sie dazu? Nach dem letzten Spiel war mir klar, dass wir dieses verlieren werden. Aber es ist ja auch schon 2 Uhr nachts. Ja, aber guck dir das mal an. Ernsthaft. Geh mal nicht drauf. Wie lange wird das machen? Meine Fresse, ey. Curry. Der kommt auch noch an, weiße Fass. Das ist einer mit dem dicken Mann. Natürlich, Mann. Die haben so einen Lack. Kloppen. Ach, die Schnauze mit deinen roten Haaren. Wir haben ein bisschen gekämpft. Und hiermit ist der Abstieg offiziell. Dumm da dumm. Wieso, wenn wir jetzt, warum, wir sagen, dass wir bei dem Spiel abgestiegen sind. Das ist der Abstieg. Doch. Ne. Doch, wenn wir das hier verlieren, ist der Abstieg. Ne, watsch. Doch, Mann. Never. Walk alone, Mann. Ohne Witz jetzt. Das war's. Liga 4, wir sind wieder da. Der Früh gefreut dir, Hater. Wir sind noch nicht abgestiegen. Eben. Wir tun nur so. Weißt du, die Hater waren schon am tippen so. Die sind so scheiße. Oh, die sind noch nicht abgestiegen. So richtige Igis. Hater-Igis. Aber wo führt das hin mit unserer Form? Ey. Ich glaube, vielleicht ist auch irgendwann die Zeit angekommen, in der wir es einfach nicht mehr weiter schaffen. Vielleicht ist das unser Zenit. Wenn wir keinen einzigen Ball reinkriegen, dann können wir es auch nicht schaffen. Alter, wir waren ein Punkt vor Liga 2 oder so, Mann. Bitte. Wenn ich da gehe und schieße und der nicht reingeht, sagt ihr, warum spielt es nicht ab? Ich kenne euch doch nur zu gut, ey. Ach, fall doch. Hier. Guck mal. Ja. Ja, klar. Dann ist er mal. Dann ist ein Ball, ne? Alter, was ist das für ein Dress-Team? Dennis kommt immer ab der 50. Minute auf die rechte Seite. Ich gehe wieder nach oben, Mann. Tschüss. Weil der immer fängig ist. Der macht... Was? Weil der immer vergisst, dass Halbzeit war. Nein, weil da oben ist keiner. Ich bin immer so alleine. Guck mal hier. Ich stehe da so. Jo. Wie geil, ey. Oh, da ist ein Ball. Da siehst du, oder? Da musst du mal da hinten arbeiten. Der denkt sich ernsthaft, da ist keiner. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Ey, komm, wir helfen, Mann. Hohe mit den Ärmel. Der Typ ist sauer. Hohe mit den Ärmel hochkrempeln und ab die Post. Wenn ich mir das angucke, was ihr da spielt, ey, da braucht ihr einen Boss, Mann. Oh, der Trainer, ey. Der Trainer ist Major Guardiola. Nee, Mann. Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen. Nein, Mann. Wir brauchen die Re-Re-Reform. Alter, jetzt kommt der wieder mit seinen... Ready, oder was? Nein, Bonze. Definitiv nicht. Du willst ja einfach nur sterben, da im Team. Oh, Curry, du willst jetzt öffentlich... Guck mal, ey. Ey, der hat mich zurückgezogen. Ich hatte die FIFA-Leine, Mann. Warum soll der nicht sterben, Mann? Ich hatte die FIFA-Leine, Curry. Ich bin die FIFA-Leine. Nur Major weiß, was ich meine. Du, Bonze, weißt du, diese eine Szene im Strafraum hast du verhüllt? Major? Jo. Was war diese eine Szene, bei der sie? Junge, das war die legendärste Szene, ey. Ich habe das noch als Kurzvideo auf YouTube, soll ich das mal freischalten, Mann? Muss man machen, ey. Da musst du es nennen, die Day-Z-Leine einfach, fertig. Die unsichtbare Day-Z-Leine, Mann. Warte noch. Suddenly. Der war irgendwie... Ein Typ, der hat halt die F-11-Animation, wo du dich halt hinlegst. Und war mit dem Kopf zurückgezogen. Ja, was ist das... Du hast einfach über die ganze Web gefogen. Ja, einfach nach unten. Ganz normal kurz A gemacht, weißt du? Als ob... Ganz klar. Der Bonze habe ich manchmal das Gefühl, der hat so... Controller-Sensibilität auf den Tasten so 5.000%, weißt du? Scheiß mal, ich habe echt nicht gerade so, zack, ganz kurz. Der Bonze hat seinen Kontroll... Voller Falt in der Hand. Falsch rum. Seinen Kontrollers ist so vorgeheizt, richtig heiß, so, weißt du? Und... Seinen Kontrollers springt auf seinen Händen rum, so... So heiß, 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 und dann drückt irgendwelche Tasten, so, weißt du? Ja, bobo-bongsi. Du meinst, weil ich so ein heißer Typ bin, oder was? Ja, ja, bobo-bongsi. Geh mal weg, du schwule Ratte, Mann. Ich komme bald wieder, Alter. Ja, aber nicht zu mir. Ja, logisch. Da komme ich, ey. Nee, Taylor ist schon bald mit. Sorry, siehst du? Ich habe doch... Nee. Nee. FIFA ist in letzter Zeit wirklich... Ich kann diesen Spruch nicht mehr hören. Ich habe schon gedrückt. Ja, eben. Der Spruch dieser Session ist... Seitdem Lennow dabei war, ich habe schon gedrückt. Vor allem der Lennow ist der Oberanführer von diesem Spruch, ganz ehrlich. Ja, stimmt. So oft wie der schon gedrückt. Ja, aber ganz ehrlich, der drückt irgendwie immer, nachdem die Szene passiert ist. Ganz ehrlich, weiß ich. Paul. Weißt du, der Lennow kriegst den Ball weggenommen und dann sagst du so... Was? Ich habe mich jetzt schon gedrückt. So weißt du, die Szene ist schon vorbei, so. Ja, aber wir machen nix anderes. Ne. Alle machen das so, ganz ehrlich. Weil man es bis zum letzten Willi rausloten will, aber es geht nicht. Das ist ja auch nicht, ey. Jetzt schießt sie aufs Tor. Tor, Mann, Tor, ist Tor. Ist Tor, ist Tor. Definitiv, Mann. Hä? Was ist denn für ein Foul? Haben wir eigentlich jemals schon mal das Tor getroffen? Ey, wie kann man denn so einen Spieler faulen? Ey, ganz ehrlich, das Spiel ist einfach ne Scheiße. Curry wollte immer spielen, ne? Wir haben gesagt, konzentration ist weg, Curry. Ich habe gesagt, machen wir. Ach, natürlich. Weißt du, was bist du für ein Wichser, ne? Ohne Witz, Alter. Ich verstehe es aber nicht. Ja, komm, Curry, was willst du? Ja, Schnauze. Was willst du, Curry? Was willst du? Was willst du, Curry, ne? Kopfnuss, 1-1, oder was? Kopfnuss, hab ich ja Kopfnuss. Schmeckt doch immer, Mann. Wer die schönste Frau wird. Ja, glaube ich, dass du ganz ehrlich die Hose aufhast, Bonze, ne? Ja. Okay, die Truppe fällt komplett auseinander. Was passiert mit uns? Ich verlasse jetzt das Spiel. Ich glaube, die Muffins werden es nicht mehr schaffen, ey. Nach FIFA 16. Ich muss ehrlich machen jetzt ein Eigen-Tor. Wir haben den Zuschauern versprochen, bis FIFA 16 Liga 1 zu erreichen. Natürlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber wenn ich etwas verspreche, wie in CSGO, dann halte ich mein Versprechen auf. Okay, dann müssen wir ja FIFA 16 komplett überspringen bis FIFA 17, oder? Dann könnt ihr bitte rausgehen und ich mache das FP alleine weiter. Ach, nee, nee. Ja, geil. Denn ich werde bis FIFA 16 Liga 1 spielen. Natürlich. Versprochen. Kann ich den Zuschauern das versprechen? Ich habe gesagt, bis zum Ende des Jahres will ich Legendary Eagles spielen. Ich dachte, bis FIFA 16. Nee, nee, hör zu. Ich habe gesagt, in CSGO bis Ende des Jahres werde ich Eagles spielen. Was passiert? Ich spiele heute schon Eagles. Ich spiele bis FIFA 16 Liga 1 sehen, haben wir gesagt. Aber ich muss mal ganz kurz sowas sagen. Also die letzten Folgen, die letzte Session war bei uns echt verflucht. Zudem muss man sagen, wir haben relativ spät und haben so viel FIFA in den letzten Tagen gespielt. Wir haben in den letzten Tagen, glaube ich, allein schon 20 FIFA-Folgen oder so gemacht. Mehr als 20. Viel, viel, viel mehr. 30 Wochen am Stück. Wir haben jetzt, glaube ich, schon, ich glaube, wir haben jetzt schon mindestens, wenn ich mal zusammenrechne, mindestens 40 FIFA-Folgen innerhalb von 5 Tagen aufgenommen. So, und irgendwann hat man so die Übersättigung. Also, und das ist gerade bei uns so. Und ich glaube, wenn wir dann jetzt ein bisschen Pause machen und alles, dann wir wieder back in Business sind, also morgen, dann geht es wieder richtig zur Sache. Weißt du, Mensch, ja? Wenn es traurig ist, morgen sitzen wir dann wieder hier so, boah, jetzt hier vormultiviert und dann wieder so ein Glück. Ja, dann ist aber Curry schuld. Bis zur nächsten Folge. Ja, ich bin wieder schuld. Nee, die sollen jetzt aber auch nicht rumhaten, Mann. Nee. Ihr hatet keiner, Mann. Wir sind alle Muffins, Supporters und wollen einfach nur das Beste für den Verein, Mann. Und wie gesagt, bis FIFA 16, egal wer da nicht mitmacht, erreichen wir Liga 1. Wenn es sein muss, mache ich das mit Curry. Ja? Wenn wir dann keinen Bock mehr haben, dann mache ich das allein. Wenn es sein muss, dann machen wir das alle zusammen. Also, drückt uns die Daumen. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Frisch erholt. Am besten alle zusammen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube wirklich, dass wir da in der nächsten Saison aufsteigen. Wir steigen auf. Irgendwas müssen wir ändern, aber wir werden aufsteigen. Wir steigen in der nächsten Saison auf in die dritte Liga. Das lag jetzt einfach, glaube ich, daran, dass wir einfach nicht diszipliniert genug gespielt haben. Und es ist auch mega spät. Da hast du recht. Das werden wir ändern. Wir werden den Teams-Spirit wieder aufdrehen und dann gemeinsam den Erfolg wiederfinden. Aber das können wir nur, wenn wir die Community haben hinter uns. Und dann werden wir gemeinsam auf einem fetten Muffins-Panzer ins andere Tor rollen und Tore schießen. Und dann werden wir aufsteigen bis in die erste Liga. Und dann werden wir noch einen Pokal holen. Und dann wird Bronze nicht.